Oh, eine Frage. Ernest, ich kenne doch deine ausgeprägte Rätselleidenschaft. Was kommt als nächstes in der Folge 134711? Oh je, 134711. 1, 4, 7, 11. Also die Differenz von 1 unter 2, dann kommt 1. Dann kommt 3, 2, 1, 3, 4. Das macht keinen Sinn. Uff, 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 uff. 1, 3, 4, 7, 11. 1, 4 sind 3, 3, 7 sind 4, 4, 11 sind 6, mehr 7, macht auch keinen Sinn. Warte, 1 und 3 sind 4. 3 und 4 sind 7, 4 und 7 sind, ah, ok. 1 und 3 sind 4, 3 und 4 sind 7, 4 und 7 sind 11, und 7 und 11 sind 18. Excellent. Oh ja. Ich habe ein bisschen Köpfen gefragt. Ich habe ein bisschen Köpfen gefragt. Busch. Und weiter geht's. Wir müssen wieder runter, müssen wir. Richtig. Ja. So, und rein damit. Ah, lecker. Für euch habe ich jetzt auch voll Bock. Oh, da sind ja noch mehrere. Bleib tot. Drauf. Ich habe die auch abgedenkt davon. Ja. Okay, ja, und tschüss. Und du auch ebenso. Ebenso wie bei dir. Scheiße, jetzt bin ich bei dem einen zu spät. Okay, du bist weg. Du bist weg. Sonst noch jemand? Nö. Okay, jetzt weiß ich nicht, was er hingezeigt hat. L.T. Anschauen. Wow. Die K. Strüpp. Wahnsinn. Tun wir irgendwie durch. Nö. Müssen wir jetzt da hoch? Oder da rüber? Ich gehe mal da hoch. Das Rote Königreich liegt in Trümmern, aber du bist auch nicht gut dran. Als du sie besiegt hast, versuchte ich das Schloss wieder zu erlangen. Aber ihre Ungetüme griffen mich an. Die heimtückische Hure herrscht noch immer. Ich habe eine Bitte an sie. Ich muss unbedingt hinein. Der einzige Weg hinein führt durch mich. Dazu muss man Opfer bringen. Wer das sagt, meint meist, dass die anderen Opfer bringen müssen. Zynismus ist eine Krankheit, aber heilbar. Nimm dich drin in Acht vor dem kolossalen Killer, der dort patrouilliert. Greife ihn nicht an. Er ist unbesiegbar. Nun, schneide mich los. Ich zeige dir, was ein Opfer ist. Auch im Spiel bedarf es härter Entscheidungen. Denn oft muss man schwere Opfer bringen, um sein Ziel zu erreichen. Okay, also hier scheint es um Opfer zu gehen. Ist da etwa die Königin? Nein, wahrscheinlich doch nicht. Gott, ist die hässlich. Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Als kleines Mädchen hättest du kein Buch ohne Bilder akzeptiert. Ach, ekelhaft. Jetzt habe ich die gar nicht in Erinnerung. Genau wieder weg, wahrscheinlich. Okay. Was ist hier? Ah, ist hier. Hier kommen wir, glaube ich, noch gar nicht rüber. Also, sieht zumindest nicht so aus. Gehen wir halt mal da lang. Hier. Hier. Ich habe ja schon deine Schnauze. Ist die irgendwo gleich. Aber hier. Da oben. Na, ich komme nicht hin. Okay. Kommen wir zurück, beziehungsweise da hin. Kommen wir jetzt da rüber? Oh, natürlich. Kommt auch mal auch noch irgendwo hin, wenn das Ding da kommt irgendwie. Ja, möglich. Aber okay. Machen wir mal weiter. Hier was? Ne. Da hatten wir zwei Eingänge. Welchen soll man nehmen? Da ist eine Flasche drin. Da könnte es. Kann man aber wieder hoch. Ich glaube, da müssen wir weiter. Und jetzt mal sehen wir hier die Flasche. Ja, hier ist auch nichts anderes mehr. Gehen wir hier. Hoch. Oh Gott, was ist denn das? So. Kette. Okay. Irgendwie hängt das Spiel gerade an der Zeit ein bisschen, ganz klein, aber ich weiß echt nicht warum. Weil Frames ist eigentlich noch voll normal aus. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo man mit der Kette jetzt weiß. Scheiße, aber wahrscheinlich irgendwas da hinten war, sonst würde man nämlich nicht wieder hochkommen. Ach, wahrscheinlich auf der Seite. Ach ja, okay, dann weiß ich doch, was das hier zu tun hat. So. Jetzt müssen wir hier hinkommen. Genau. Ich sehe noch was, bevor ich irgendwas hier vergessen habe. Nö. Okay. Das Geräusch fällt mir gar nicht. Was brauche ich jetzt denn hier dazu wieder? Nein, da kann ich rein. So, jetzt darunter denke ich mal. Ja, alles ist gut. Oder komme ich da her? Ne, ich glaube dann... Was ist da hinten? Nein, hallo? Na, hallo? Lauf mal. Ach, hier schon wieder. Du bist auch weg. Lass du mich nicht hier oben rum hier. Und du noch. Ach, das ist noch mal einer. Karten-Soldaten. Die Karten-Soldaten. Sieht ein bisschen anders aus wie bei den normalen. Alles. Oh nein. Nicht der Schauswichter. Ach, fuck. Der ist kacke. Ich Idiot. Don Quixote hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen und lief nicht Gefahr, den Kopf zu verlieren. Oh ja. Ein diskreter Abgang darf auch stürmisch sein. Jetzt ist die Tür offen. Puh. Lauf, 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 lauf. Nein. Gott sei Dank. So, bin ich denn jetzt hier gelandet? Nicht, dass ich jetzt wieder zurückkomme oder so? Okay, ich glaube, ich muss hier weiter. Und da war noch davor irgendwas. Ich will auch nochmal anschauen. Das war hier. Nein, da bin ich hergekommen. Gutsch. Hier habe ich Erinnerung. Will ich mir natürlich auch noch holen. Die eigentliche Funktion einer Waffe ist nahezu Nebensache. Letztlich ist sie nur so gut wie die Person, die sie handhabt. Oh ja, das stimmt. Das kann ich gut nachvollziehen. Nein. Ist jetzt nicht hier weiter zu bestätigen. Oder auch immer so ähnlich. Katze. Der Hüte der Königin verlässt nur selten sein verdrecktes Versteck. Aber du bist etwas Besonderes. Ja, ich bin was Besonderes. Danke schön. Ich muss mir jetzt meine Framenzahl zu niedrig. Egal, ich würde eher einen Aufnahmepäuse nehmen. Boah, was ist denn los? Ich werde jetzt auch so ein kleines Aufnahmepäuse machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.